Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, starten wir direkt los. Es gibt einiges zu sagen, ebenso unserer persönlichen Meinung nach. PP wird massiv fallen, wir zeigen Ihnen gleich, weshalb. Ebenso haben wir heute den US-30 wieder dabei, den Adas Chart, Bitcoin Dominance, US-Dollar Tether, eine Detailanalyse zu Bitcoin, eine Detailanalyse zu Ethereum und weshalb Shiba Inu aktuell so wichtig ist, wie immer alles nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, starten wir direkt los. CryptoCraft hier, kurz als Info, heute die Zahlen etwas schlechter als erwartet. Ja, deswegen hier auch an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, könnte es weitere, spätere Nachfolgen geben, noch in Folge diverser Zinserhöhungen. Nichtsdestotrotz, die Märkte bleiben für uns entsprechend so, wie sie aktuell sind, auf dem Fahrplan. Und wir haben, Sie wissen es außer Kürzen, High Impact für uns auf den ganzen Märkten eher weniger hier davon übrig. Nichtsdestotrotz bringen wir es hin und wieder sehr, sehr gerne mal mit. Dann schauen wir uns den UR30 an, wir starten direkt los. Auch wir haben es hier dazu gesagt, wichtig, wir haben auch einiges nun inzwischen zu diesem Markt dazugelernt, wo wir sagen, weil wir kennen den Markt so, dass wir hier dieses 0,382 und 0,5er nicht den Stop Loss hier bei den meisten abholen, sondern dass wir hier in der oberen Hälfte sogar drehen. Deswegen steigen wir hier meistens nicht ein, weil wir möchten unser Money Management gering halten und zusammenhalten. Und deswegen haben wir bei diesen Märkten hauptsächlich hier das letzte Drittel im Fokus, aber eben bei den 0,618 und 0,786 Level. Das ist unsere persönliche Meinung, werden wir dann in so einem Trade abgeholt. Dann ist es schön, wenn wir mit einem höheren Hebel drin sind, werden wir nicht abgeholt. Dann werden wir nicht abgeholt und sagen trotzdem Danke und warten auf den nächsten Einstieg. So arbeiten wir aus unserer persönlichen Meinung und hier dasselbe haben wir jetzt aber nun auch bei unserer nächsten Zielbox festgestellt. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Wir haben hier wieder die Leute rausgefischt, alle die dort drin saßen, gesagt haben, ich setze unterhalb der Box meinen Stop Loss, schön rausgefischt und Tschüss. Tschüss, dasselbe war hier oben rausgefischt und Tschüss und nun haben wir hier dasselbe gemacht. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, prozentual von dem ganzen Mission waren es 2% beim Dow Jones und das ist auch eine schöne Range. Wir wollten nochmal zurückgehen, damals wo wir eingestiegen sind, für alle die es auch noch wussten, wir immer unterhalb der Zielbox, auch hier Zielbox minimal, Tschüss, Zielbox unterschossen und Tschüss. Tschüss bedeutet einfach, ab dann gibt es Anstiege. Und das ist immer dasselbe, denn die möchten natürlich die Wale und Market Maker auch hier schauen, dass das Ganze hier entsprechend die wenigsten Leute noch mitgehen können und picken dann nur leicht rein, damit sie ausgestockt werden. Deswegen halten wir von dieser Arbeitsweise nichts und haben eben eine komplett eigene. Wir arbeiten im unteren Drittel und dann eben die Zielbox auf unserer Meinung nach diese Zielboxen, die sie für uns bewährt haben und in diesem unteren Drittel werden wir meistens abgeholt. Hier im unteren Segment werden wir nicht abgeholt, wie gesagt, dann lassen wir den Trade, aber wir haben ein viel, viel größeres Money Management, denn wenn wir hier unten mit dem großen Hebel abgeholt werden, ist es besser als das, wenn wir an der Oberkante hier einsteigen, hoffen, dass wir nicht ausgestoppt werden, vielleicht doch und sind dann hier komplette Minus ausgestoppt. So sind wir in dem unteren Drittel, haben hier irgendwo unseren Stop Loss und haben hier Money Management, das sich kleiner detailliert. Deswegen hier im Trading für uns läuft es einfach ein bisschen anders. Wer natürlich nur mit Hebel 2, Hebel 3 arbeitet, der kann auch wieder eine andere Strategie wählen. Das ist für jeden seine Strategie, unsere Strategie ist es aber nicht und wir haben Ihnen jetzt nun mal unsere Strategie hier mitgeteilt. Dann wechseln wir direkt in den Others Chart, auch hier müssen wir kurz darüber sprechen, unsere Meinung. Es sieht für uns danach aus, dass wir die Möglichkeit haben auszubrechen, aber nur solange wir einmal hier zurückkommen in unseren Trendkanal und entsprechend einen doppelten Boden haben wir bereits ausgespielt. Wir zeigen Ihnen gleich mal, wie der doppelte Boden aussieht, denn Ethereum ist ein Vorreiter, der hat diese Bewegung nun absolviert. Da werden wir gleich darüber sprechen, merken Sie sich bitte mal das aktuelle Chartbild und solange wir hier diese Box halten, bleiben wir überhaupt nicht bullisch, denn dann gehen wir davon aus, dass wir das Ding hier packen werden, dass wir hier über die 112 kommen und dann unsere nächste Zielbox hier anlaufen, bevor es weitergeht im Fahrplan. Aber wichtig, aktuell nur eine Bestätigung für uns, wenn wir erstmal zurück in den Kanal kommen, denn hier wurden wir erstmal abgelehnt und so eine Ablehnung ist immer schlecht, denn man muss entsprechend das bullische Chartbild beibehalten. Nichtsdestotrotz könnte man hier auch sagen, wird es eine Möglichkeit geben für ein Chartbild und dann würde das Ganze wieder auch zusammenpassen. Ja, nun schauen wir direkt weiter. Die Bitcoin Dominance bleibt weiterhin bei uns komplett auf dem Fahrplan und wir haben hier oben diese Box, wir haben das ja schon mal besprochen, und wir könnten die ausweiten, wir lassen die Box aber so, weil wir gerne versuchen mit kleinen Boxen zu arbeiten und die wirklich so klein halten, wie es nur geht, um eben detailliert zu arbeiten und deswegen bleiben wir dabei, solange er nicht irgendwo komplett eskaliert und wegspringt, bleiben wir dabei, dass wir, wenn wir diese Zielbox nach unten verlassen, die Möglichkeit haben, hier mal endlich mal einen massiven Abverkauf zu sehen in der Bitcoin Dominance bzw. den Chartverfall und dann eben die Altcoins hier mal wieder zu stärken. Das wäre ein sehr, sehr schönes Bild, auch für uns persönlich natürlich. Dann schauen wir uns die US-Dollar Tether Dominance an, auch hier bleiben wir bei unserem Bild. Doppeltop, hier weiterer Abverkauf und im Best Case kriegen wir nun hier ein M-Pattern, im Best Case, das sich dann eben hier abverkauft in unsere Red Lines rein, hier runter und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wichtig, jetzt muss ich erst mal das M-Pattern hier kompletieren und dann schauen wir, ob es sich hier nach der Kompletierung ausspielt. Dann werden wir sehr, sehr schöne Moves sehen. Falls nicht, muss man auch ganz klar sagen, wird es wieder Richtung Red Line gehen, dann gibt es eine neueste Ablehnung oder er bricht endlich durch. Aktuell, aufgrund der Anstiege, das wir auch bei Bitcoin, Ethereum und Co. erwarten, das zeigen wir Ihnen gleich, sieht es für uns weiterhin so aus. Bitcoin Dominance, wir werden hier tiefer gehen und vermutlich die untere Red Line nochmal küssen und weiterhin in unserer großen Range weiterspielen. Das ist unsere aktuelle persönliche Meinung hierzu. Dann schauen wir uns direkt den Bitcoin Chart an, wie sieht es hier aus. Wir haben in unserer Telegram Gruppe mitgeteilt, dass wir hier entsprechend nun eine überschießende E beziehungsweise hier diese B, die dann überschießend, aber wir nehmen diese E immer gerne als Verlängerung, die dann hier den oberen Zielbereich abholen wird und wir haben ja diese zwei Short Zonen minimal verlassen. Das heißt einmal hier einen kurzen Short, hier einen kurzen Short, denn diese Short Boxen unserer Meinung nach werden beide invalidiert werden. Aus dem Grund, also einmal hatten wir sie ja hier, Abverkauf und dann hier Abverkauf. Also so kurzfristig geht das dann schon, aber sobald man hier wieder zurückgekauft wird, sieht es nicht danach aus, dass diese Boxen noch irgendwie nachhaltig werden. Ja, deswegen auch an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, für uns weiterhin bleibt es dabei, wir sind jetzt außerhalb unseres Triangles. Wir haben die Bestätigung bekommen, eine Tagesbestätigung, schauen wir uns hier mal gemeinsam an, wäre heute Abend überhalb der 29.000, das wäre sehr, sehr schön. Dann könnten wir sagen, es würde weitergehen, aber das muss man jetzt einfach noch abwarten, ob er die Bestätigung kommt. Werden wir von hier zurunter zurückverkauft, sehr, sehr gefährlich, da muss man aufpassen, war es ein absoluter Fake-Out und wir gehen zurück. Die beiden Szenarien gibt es aktuell und da muss man jetzt einfach nochmal final drauf aufpassen. Bei Ethereum sieht es für uns anders aus, Sie sehen es, wir möchten nochmal darauf hinweisen, Sie kennen das, hier bei den Adders-Charts haben wir auch so einen doppelten Boden und nun, Sie sehen es, haben wir hier direkt angezogen, diesen Push können wir im Adders-Chart noch gehen, dann haben wir sehr, sehr schöne Moves für den Altcoin-Sektor, für einige Märkte, für einige Bereiche. Ja, und hier wurde unsere Short-Zone durchschossen, die haben wir nicht genommen, ja, muss man ganz klar sagen, weil bei Ethereum, das ist eh jemand, der springt gerne mal aggressiver durch die Boxen und nun erwarten wir Ziel 1 bzw. Ziel 2-Zone, das haben wir heute auch bereits schon kommuniziert, kurz vor diesem Video und wir haben hier nun aktuell kompletten Fahrplan für Ethereum. Für alle, die das interessiert, unterhalb der Videobeschreibung finden Sie unsere Telegram-Gruppe, unseren RSFM-Crypto-Trading-Kurs oder unseren BitGuard-Link, was auch immer Sie interessiert oder unseren kostenlosen Chat, können Sie zu uns dazukommen, mit uns sich auch austauschen, alles kein Problem. Und an dieser Stelle, wir werden Ethereum sehr, sehr gerne intensiver ins Korn nehmen, dann sobald Zielbox 1 und 2 für uns erledigt ist, um hier weiterzuarbeiten. Ja, jetzt kommen wir zu dem großen Shitcoin-Pepe, ganz wichtig, das Ding wird komplett zusammenfallen, wir zeigen Ihnen jetzt was und ganz wichtig, alle schreien jetzt nach Shitcoins. Also der Shitcoin-Markt ist jetzt komplett aktuell im Ausrasten, es gibt immer wieder im Kryptomarkt Shitcoin-Momente, so wie jetzt gerade, das heißt, Sie haben 1, 2 oder 3 Wochen, wo Shitcoins extrem gehypt sind, da pumpt alles, was ein Shitcoin-Rang und Namen hat, da können Sie theoretisch einen eigenen Coin auf die Beine stellen und das Ding geht durch die Decke. Unfassbar im Shitcoin-Sektor aktuell, was da los ist und wir zeigen Ihnen jetzt gleich mal, wie wir das bewerten, warum wir wie den Chart sehen, wann wir in so einen Shitcoin einsteigen und wie wir da vorgehen. Bevor wir das aber machen, einfach, dass Sie sowas mal sehen, Pepecoin und Turbo von JetGPT werden von Spongebob-Coin-Token überholt. Spongebob steigt um 500% am ersten Tag. Wir möchten Ihnen einfach nur mitteilen, momentan, jeder schreit links, jeder schreit rechts, jeder Shitcoin wird jetzt komplett durch Twitter durch die Decke gehen. Wir sagen Achtung, denn hier kann man sehr, sehr viel Geld verlieren, wenn man nicht weiß, was man tut und wir zeigen Ihnen jetzt unsere Meinung zu Pepe, was wir in der RSFM-Crypto-Trading-Gruppe gemeinsam gemacht haben auf Telegram, wo wir eingestiegen sind, wo wir ausgestiegen sind und zusätzlich, wie wir dazu Shiba Inu bewerten noch und wie sich das Ganze deckt. Und da bitte Achtung, denn wir stehen jetzt für uns persönlich an der sehr, sehr markanten Marke. Wir gehen direkt zu Pepe und schauen uns das Ganze an. Bei Pepe aktuell möchten wir das ganz klar mit Ihnen bewerten und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir haben hier unten, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal auf 4-Stunden-Basis anschauen, dann haben wir hier unten das Ganze bei Pepe, sind wir hier, möchten wir Ihnen zeigen, eingestiegen. Wir haben hier jetzt mal was vorbereitet, dass Sie auch sehen, dass das definitiv so ist. Unsere Pepe-Analyse, Sie sehen den Pfeil hier unten, wir schauen uns nochmal den Pfeil an. Das war unser Einstieg. Wichtig, wir haben aber nicht die ganze Rutsche mitgenommen, sondern wir zeigen Ihnen nun, was wir gemacht haben. Und wenn wir uns das ganze Dokument jetzt nochmal anschauen, dann muss man hier dazu sagen, haben wir das gecallt. Pepe Chart Update, Upcall unseres Einstiegs, knapp 50% Anstieg. Und wie es aktuell aussieht, ist er noch nicht fertig. Wir haben dann eine Zielbox rausgegeben, wir haben gesagt, wo die Zielbox hingeht und wo wir verkaufen. Das zeigen wir Ihnen auch gleich. Aber Sie sehen, wir sind am untersten Tief plus minus eingestiegen. So arbeiten wir mit Shitcoins und nur so sollte es mit Shitcoins sein. Jeder, der mitten im Kriegsfeld so jetzt einsteigt, der wird sein Geld meistens verbrennen. Da lassen wir komplett die Finger weg, sondern wir nehmen auch nur ein Movement. Wir haben auch nur 120% oder so mitgenommen, sagen Danke und dann ist es uns egal, wo das Ding hinschießt. Und natürlich wäre es extrem genial, natürlich wäre es extrem geil. Und wir würden extrem sagen, das ist der komplette Wahnsinn. Und wir würden uns extrem freuen auch, wenn wir da dabei sind und wenn das Ganze funktioniert und wir jetzt ein X10 gemacht haben. Selbstverständlich. Aber wir haben gelernt, Danke zu sagen, dankbar zu sein vor allem auch und nicht zu gierig zu werden. Sie werden niemals das Top, Sie werden niemals den kompletten Boden callen. Es wird immer einen Move geben, aber wir haben die Strategie, Danke sagen, Gewinne nehmen. Danke sagen, Gewinne nehmen. Und dann können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, wir waren bei der PP-Party dabei von ganz unten. Wir haben Danke gesagt und wir zeigen Ihnen das Ganze jetzt mal am Chart. Wir sind hier eingestiegen, das war unsere Zielbox. Sie sehen das entsprechend, wir haben hier diese Zielbox definiert von diesem Einstieg. Ja, 120 haben wir gerade gesagt an der Unterkante, 119,67. Das ist möglich, wenn Sie den Kryptomarkt beherrschen, wenn Sie das ganze Game beherrschen, wenn Sie verstehen, wie das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, werden wir eine Korrektur sehen und dann geht es weiter. Wer natürlich jetzt in diesem Markt drin bleibt und sagt, ja, ich möchte das aber hier, PP, PP, ich möchte dort rein. Absolute Notenung, bleiben Sie in PP, dann haben Sie hier alles richtig gemacht und 1600% seit dem Boden call hier mitgenommen. Gratulation können wir immer nur wieder sagen, aber das ist nicht unsere Arbeitsweise. Ja, wir möchten mit Ihnen jetzt mal was gemeinsam kurz besprechen. Wir wechseln Sie mal auf den Wochenchart und deswegen zeigen wir Ihnen, weshalb PP brutal zusammenfallen wird und wir möchten Ihnen jetzt auch sagen, passen Sie bitte auf. Wie gesagt, wir sind hier unten jetzt, der Pfeil nochmal nach oben, merken Sie es sich bitte, 1600%. Die 40er sind immer interessante Marken und wir haben auch bereits einiges mitbekommen, auch was jetzt Shiba Inu angeht. Wir haben eine extreme Market Cap aktuell. Natürlich kann das Ding nochmal hochschießen, aber wer jetzt glaubt, dass ein Coin der 1600% macht und nochmal jetzt hier 1600% macht, glauben wir nicht daran. Sollte es so sein, sehr schön, aber wir möchten davor warnen und wir möchten sagen, Achtung, das ist unsere persönliche Meinung. Wir wechseln jetzt nun zum Shiba Inu Chart und wir zeigen Ihnen, weshalb das sehr, sehr gefährlich ist. Shiba Inu, Sie erinnern sich, damals der Coin kam raus, ganz viele haben hier unten eingekauft, das ist hier nicht dargestellt. Und dann ging der Coin Sidewards und ab ging die Party. Bei Shiba Inu möchten wir mal den letzten Move zeigen aus dem Oktober 2021. Und was war das für ein Move? Richtig, 1200% knapp. Und was haben wir jetzt bei Pepe? 1600%. Was sagt Ihnen das? Plus, minus, wir liegen sehr, sehr ähnlich zusammen. Und deswegen möchten wir Ihnen jetzt das Ganze nochmal mitgeben, dass es einfach immer extrem spannend ist. Und wir möchten Ihnen nun mal zeigen, die Vierermarke, wir haben es Ihnen gerade mitgeteilt. Schauen Sie hier mal die Vierermarke an. Wir werden jetzt hier, die Vierermarke wurde hier damals komplett abverkauft. Da wurden wir abverkauft hier bei Shiba um 54% und bis ganz nach unten sogar um 88% bei Shiba innerhalb von zwei Wochen. Und das gleiche zeigen wir Ihnen nochmal. Jetzt könnten wir bei Pepe entweder dasselbe machen oder wir haben hier bei Pepe diese Möglichkeit, dass wir sagen, wir verkaufen jetzt ab die Möglichkeit auf 31 in zwei Wochen. Also plus, minus schwankt er rum. Und von dort gibt es nochmal einen letzten Move, eine Verdopplung. Aber glauben Sie uns, wenn Sie diese beiden Kerzen anschauen, dann fällt Ihnen auf, wenn Sie solche Kerzen sehen auf dem Wochenchart und Sie solche Schatten nennen wir das sehen, dann können Sie sich im Normalfall sicher sein, dass nach massiven grünen Anstiegen das sogenannte der letzte Pump war. Und dieser letzte Pump führt genau dazu, und wir zeigen es Ihnen nun, dieser letzte Pump führt genau dazu, so wie es sein soll. Das Ding kracht komplett zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal Shiba Inu an, wo er denn heute steht. Und wir werden eines Tages ein Video machen, wo wir Ihnen zeigen, PepeCoin, gute Nacht, goodbye. Und dann werden sicher viele sich wundern. Wir zeigen es jetzt, von der Spitze bis ganz nach unten, bis zu dieser Spitze 91%. Deswegen, passen Sie auf, der Abverkauf kommt und die 40er Marke ist sehr, sehr markant. Und als nächstes können Sie sich auch daran orientieren, ist das eine sehr markante Marke. Und wir möchten hier nochmal ganz klar mitteilen, dass auch wenn wir in unserem Außerfilm Crypto Trading Kurs diverse Dinge lehren, dass sich inzwischen auch der Shitcoin Markt etwas anders verhält, als das, was wir bisher an Wissen für normale Coins geteilt haben. Deswegen, passen Sie auf, hier ist es sehr, sehr markant, die 4er und die 9er Marke. Deswegen, wir geben es einfach mal mit. Und machen Sie sich selber Ihre Gedanken, unsere persönliche Meinung hierzu und Achtung an dieser Stelle bei PepeCoin. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend, schönen Startungswochenende, schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Herzlichen Dank. Tschüss, ciao. Danke.